und es ist schwer wenn man den eingang hier macht es ist schwer links und rechts in der mitte durchgang nein aber anders sei also so von der wenn der eingang hier ist und dort die rezeption hinten ist irgendwie einladen da als wenn man hier reinkommt und die rezeption rechts oder links ist gleich am eingang oder ja 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 ist das eine schwierige geschichte wenn man so mittig macht das ist auch schwachsinnig was man macht sie mit es muss er so sein hier der rezeption da die ersten räume hier eine treppe und obendrüber dann alles voller räume jetzt machen wir erst einmal den boden rein da muss ich noch ganz viele bieten vernichten sehe ich dort hier oh einmal den boden rein machen ich könnte natürlich auch halbstufen rein machen aber dann wird schwieriger darauf dann sachen zu platzieren richtig wie den kräsen und so es wird dann irgendwie komisch ausschauen so wie machen wir es mit den fenstern ich hätte mir überlegt jeder raum hat ein fenster und bei dem hotel könnten wir das dach ausglassen als zumindest da wo die mitte ist sozusagen beim gang ist es schwer jetzt machen wir machen eine doppelt es wird ein riesiges projekt also man kommt hier rein und dann hier die red also hier vorne die rezeption dahinter einen kleinen raum büro oder so dann schließt rechts daneben hier räume räume hier treppe nach oben also hier hinten so einmal so so und dann hier oben alles voll dann könnte ich das treppenhaus hier aus glas machen damit da schon mal das licht ist und oben bei dem gang auch aus glas könnten wir hier alles aus glas mal hier so die das eck hier oben das dach aus glas da aus glas muss ich ausprobieren jetzt muss ich erst mal schauen also man kommt rein dann hier um die rezeption gleich wie breit ist die treppe dann und ich darf nicht so weit sonst komme ich zu hoch raus dann das ist fast schon so die rezeption doch gleich ding jetzt ist wieder hier reichen das ist dann sozusagen das büro erstmal wieder schön schlafen oh 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 da werde ich aber ganz schön viel mir noch überlegen müssen dass das passt also das bieten zeug das wird nicht immer bleiben ich werde immer mal wieder was neues ausprobieren so so ne 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 dreier treppe kann ich nicht machen die wird zu riesig dann vor allem kann ich das nicht machen weil der schon zu nah da ist es kann auf jeden fall im weg oder machen wir noch eins weniger ist aber auch blöd wenn ich versetzt die tür ein bisschen jetzt mal schauen also also wenn man reinkommt sollte doch die rezeption mittig sein oder oder einigermaßen mittig wenn ich das jetzt hier macht wird es ja schon reichen wenn ich hier vielleicht noch tische und stühle her pflanzen mit pflanzen am besten jetzt hierzu hier eine plattform hier los ich bin schware zu in und es müsste dann die nächste höhe sein da hinten braucht man nichts wenn man das irgendwie sinnvoll nutzer eigentlich nicht da kann ich spawnen dann machen wir da einfach so gibt es so in verschiedenen form ich hoffe ja wohl perfekt man macht nur noch ein aber zu sagen aber solle schaut auch scheiße aus dann ich da nämlich so eine art ja ja keine ahnung das da müssen auf jeden fall normale treppen hier das ist klar und schaut es gar nicht so aus wie es aussehen soll einmal treppen das ist so 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 schaut schon wesentlich besser aus eine fackel reinsetzen wenn dort und so ziel ist ein Oh, jetzt bin ich. Bin ich leise, weil ich mich konzentrieren muss. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm, dass es so aussieht, weil das nämlich die Decke ist. Das wird noch zugemacht. Das wird noch zugemacht. So, ein in Höhe. Oh Gott, mir geht das jetzt schon aus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ging jetzt schnell. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super.